Hiermit begrüßen wir euch dann zur Hugo Spezialausgabe von Remastered. Hi, hallo! Ich wusste gar nicht, dass wir anfangen. Ich habe noch gar nicht alles vorbereitet, meine Güte. Okay, jetzt können wir. War ich wieder zu schnell für Philipp. Also, heute auf dem Programm, sehr geplant auch, darauf haben wir uns die ganze Woche gefreut. Absolut. Hugo 2, noch besser als der erste Teil, schätze ich. Also, um alle up-to-date zu bringen. Wer Hugo nicht kennt, man war in den späten 90ern, frühen 2000ern, eine Fernsehsendung, eine Call-in-Fernsehsendung, wo man als Kind anrufen konnte, die lief im Nachmittagsprogramm und man hat über den Fernseher ein Videospiel gespielt und zwar, man konnte nur mit Tasten Telefon anrufen und man musste mit den Tasten steuern sozusagen und es waren dann immer sehr einfache Spiele, zum Beispiel mit einem Snowboard den Berg runter und dann muss dann halt immer mit der 4 und der 6 zum Beispiel dann links und rechts steuern und sowas. Genau. Die Herausforderung lag eigentlich darin, so eine glückliche Strecke zu bekommen, dass der Delay, der das Fernsehen mit sich bringt, einen nicht aus der Füge bringt. Ähnlich wie der Superball. Links! Links! Stopp! Bleib! Bleib! Aber da war wenigstens beim Superball war dann ja der Delay noch viel größer, wenn man ja erst noch in einem Typen sagen musste, was er drücken musste und er dann erst dann reagieren musste. Und das waren solche Loops am Stick. Ja, wie dem auch sei, ihr müsst euch in die Zeit zurückversetzen, damals, 90er Jahre, nachdem Hugo 1 Millionen Erfolg war. Das ist ähnlich so wie jetzt mit dem Tafel 3. Ja, aber Hugo, das gab's auch auf allen Plattformen und ich weiß auch, dass jeder das haben wollte. Also natürlich lieber irgendwie auf dem Super Nintendo oder sowas, weil es dann halt in Farbe war. Ja, genau. Oder auf dem Computer am besten, weil das sah nämlich genauso aus wie dann im Fernsehen. Ja. Und da hat Hugo dann auch mit einem geredet, nämlich. Hugo hat nämlich immer an die Scheibe geklopft und immer gesagt, Hallo, hier ist Hugo! Ja, also Hugo ist übrigens ein Troll. Ja, stimmt. Der erste Internet-Troll sozusagen. So, mit diesen weißen Worten denken wir drüber nach. Starten wir jetzt. Ich bin grad schon mal ins Optionsspiel gesprungen, da kann man das Spiel auf leicht normal oder hart stellen. Ich hab's jetzt mal auf normal gelassen und starte jetzt das Spiel. Also das Prinzip ist so, jetzt kommt nämlich diese Hexe, die gab's auch in der Serie, meine ich, schon länger her. Ja. Und das Spielprinzip ist so, dass es immer drei, da ist das Snowboard-Level, unglaublicher Zufall, dass man immer drei Spiele irgendwie packen muss und wenn man die schafft, dann kommt man zum Endgegner. Stimmt und die Goldsäcke waren immer ganz wichtig. Genau. Also jetzt müssen wir mindestens neun Goldsäcke sammeln. Ich bin jetzt grad an der Steuerung. Ach ja, genau, wusste man nie genau, wo der hinkommt. Ich erinnere mich an Autofahrten nach Italien, das war schon sehr gut. Ihr seht, ich hab drei Leben. Ich muss erstmal wieder reinkommen, das ist schon länger her. Ich habe nach rechts gedrückt. Philipp ist mein Zeuge, ihr seht das jetzt nicht. Ich hab nicht gedrückt. Ich schwöre, ich hab nach rechts gedrückt. Ja, ja, natürlich. Der Controller ist noch gut. Das wär ein Geldstag gewesen. Aber ist kein Problem. Ist alles noch im Griff? Oh, das war knapp. Ist alles noch im Griff? Oh. Also als Kind war das einfacher, habe ich das Gefühl, aber der Controller ist schon sehr träge. Das Pad. Ja, ich hab nur Leben. Mach einfach mal weiter. Oh. Was könnte man damals überhaupt noch mal gewinnen? Warum hat man da überhaupt angerufen? Boah, wahrscheinlich Geld, oder? Weiß ich nicht. So, ähm. Ja, ich glaub ich bin da dran. Das war's, jetzt ist Philipp dran. Man darf's noch mal versuchen. Die Mucke kenne ich auch noch. Ich hab das Spiel nie gespielt. Ich kenne nur noch das, äh, boah. Ich glaub das ging, also ich glaub die Serie gab's aber auch, also die Spiele-Serie gab's anscheinend, glaub ich, richtig lange. Ich bin mir sehr sicher, dass ich vor ein paar Jahren das bei nem Kumpel noch auf der Playstation gespielt hab. Okay, das weiß ich nicht. Im Fernsehen liest der bestimmt auch ein paar Jahre. Das war dann wahrscheinlich Hugo 6 oder so. Ja. Ich weiß nicht, ist das, ist das, ist das Hugos Freundin? Hinten ist das Huber? Weiß ich nicht mehr. Ja, ich weiß auch nur, dass die immer irgendwen gefangen genommen hat. Ja, aber ich weiß nicht. Ah ja, das ist im Prinzip das Gleiche. Ja, aber ich glaub mit hoch und runter. Genau, du musst zwischen nicht hoch und Luft holen. Ja, oh. Da bin ich wohl, äh, ertrunken. Gut reagiert, aber du merkst auch, dass das Pad ist ein bisschen träge, ne? Ich glaub, vielleicht soll das auch den Delay nachempfinden, den man, äh, hat. Hans, Hans, das Spiel ist nicht originalgetreu. Ja, so war das damals bei Laguna. Der, äh, man kann sagen, dass Blizzard, Bioware und Valve der 90er Jahre speziell im Deutschen. Also ich vermute mal, es ist im Deutschen. Also, wobei es war ja offensichtlich im Titel, es war ja gesehen. Ich kann nur in der Mitte noch. Das ist ja mies, ich kann nur in der Mitte nach oben. Ja, ja, das ist, äh, nicht so einfach. Wir können ja gleich mal auf einfach umstellen, dann hast du auch ne Chance. Ich bin, ey, ich hab wenigstens schon, äh, zwei Goldsäcke gerade eingesammelt. Ja. Also ich sag's mal so, äh, knapp vorbei ist auch daneben. Ende Gelände. Ich will immer nach oben. Oh, fuck. Ja, das war's. Äh, dann bin ich wieder dran. Schön, dass ihr dabei seid bei unseren speziellen Hugo-Abenteuern. Ja, wenn wir wenigstens nicht bis zum, äh, wenn wir wenigstens nicht bis zum letzten Level kommen, haben wir so jetzt wenigstens schon alle Levels gesehen. Das ist übrigens sehr spannend. Da muss man, da kommt sich auf die Säcke an, da muss man Goldpokale sammeln. Drei Stück und dann kommt man zur Tür. Und das Besondere ist, die Goldpokale zeigen einem ein Symbol links oben. Die muss man sich also auch noch merken, die Symbole. Und man muss nicht mehr totspringen. Und gezielt, genau, das kann man machen, so wie ich. Wenn man nämlich auf den Adrenalinkick auch ein bisschen steht, ne? Stimmt, und da links die Dinger, die hauen dann irgendwann, glaub ich, auch raus, oder? Genau, wenn man zu lange an einer Stelle wartet, ja. Und, ich bin mir aber ziemlich sicher, das war doch immer das letzte Level eigentlich, oder nicht? Ähm, weiß ich nicht, aber hier ist es auf jeden Fall ein normales Minispiel, das man eben packen muss. Nein, hast du auf das Symbol geachtet? Ne, das sah einfach nur aus wie ein Pokal für mich. Oh, okay. Ja, dann kommen die vielleicht später noch, die Symbole. Also ich bin mir sicher, oh nein, dass es Symbole gibt. Oh nein, es ist eine Glocke. Was war das erste jetzt gerade? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub einen Apfel? Gibt's hier Äpfel? Weiß ich nicht. Vielleicht ein Troll. Kann auch sein. Die Frage ist, warum sammelt man immer nicht die Geldsäcke? Wo? Ja, das ist ja halt nur der Fernsehsinnung nachempfunden. Ich denk mal, man brauchte die irgendwie halt für so einen Highscore. Und ich glaub, wenn man da halt, wenn man alles geschafft hat und dann auch noch eine bestimmte Punktzahl, dann hat man halt immer irgendwas bekommen. Aber ich hab halt keine Ahnung, wo, um ... Leck mich am Arsch! Ey, ohne Scheiß! Das Spiel will doch, dass man da ... Ja, das ist es ja auch. Natürlich, weil das Spiel mega hart und billig. Mit sehr billigen Sterbearten immer. Weil natürlich viele Kinder anrufen sollten, ne? Und schön ihr Geld da verschwenden sollten. Das letzte war auf jeden Fall ... Oh Gott, was war das erste? Ich hab keine Ahnung. Herz oder Stern? Herz. Oh nein. Ich wollte grad sagen eigentlich, du meintest ja Apfel, dann wär Herz eigentlich gar nicht mehr schlecht gewesen. Schade, das waren die falschen Symbole. Ja, ich wusste, dass das andere war, aber auf jeden Fall Glocke und Ding. Ja, du bist dann ... Ich war nah dran, wie ihr gesehen habt. Das erste Spiel von Huru 2 zu schaffen. Meine Gamer-Ära fühlt sich überhaupt nicht gekränkt. So, komm, jetzt fokus. Jetzt kommt das Wild-Level. Du musst 25 Geldsäcke sammeln. Das war übrigens ein Klassiker im Fernsehen. Ja, auf jeden Fall. Hä? Ach so. Oh, okay. Oh, oh, da musst du's timen, ne? Das ist schwierig. Ja, ich wusste auch grad nicht. Ich hab nämlich erst A gedrückt, dann ist er nicht gesprungen. Dann hab ich nach oben gedrückt, dann ist er gesprungen. Dann hab ich gemerkt, dass man doch A drücken muss. Der braucht nur so lange, bis er springt. Das ist wieder der künstliche TV-Delay. Das haben sie gut hinbekommen, wie ich sag. Es fühlt sich wie echt an, ja. Ich fühl mich in meine Kindheit zurück. Jetzt kommt ne krasse Story. Ich hab mir als kleines Kind... Uh, das ist immer schon... Ja. Das heißt eigentlich immer, dass es keine krasse Story gibt. Warte mal. Also als Kind hab ich ja Hugo auch geguckt. Ja. Und ich heiß ja Jan. Und Ende. Nein, ich wollte da immer anrufen, aber hab's dann doch nicht gemacht. War auch klein, ne? Und war ja auch eher feige. Und dann hab ich mir immer vorgestellt, wenn ich da anrufe, dann bin ich der allererste... Puh, achte mal, wie das Rücken gerade ist. Nein! Das stimmt. Jetzt stört die Leute nicht mit deinem Fail. Ich muss die Story zu Ende bringen. Und ich hab mir immer vorgestellt, also die Moderatorin hat immer nach dem Spitznamen gefragt. Und ich wäre der Erste gewesen, der gesagt hätte, mein Spitzname ist Janni. So, und dann gucke ich Hugo eines Tages, dann ist da irgend so ein Affe nicht dieses Level, und sagt, mein Spitzname ist Janni. Und da war meine Enttäuschung so groß, dass ich nie wieder bei Hugo anrufen wollte. Das ist eine wahre Geschichte aus... Aber hast du's dann noch nie wieder geguckt, oder? Ich hab's noch hin und wieder geguckt, glaub ich, ja. Aber es war ein bisschen der Reiz weg, ne? Weil ich wusste immer innerlich, ganz im Ernst, wenn's mal nichts wird... Ich weiß ja. Kannst du mal bei Hugo anrufen. Ich kann mal bei Hugo anrufen. Und der Erste sein, der Janni heißt. Ey, ohne Scheiß, ich hab sofort gedrückt, es ist unmöglich. Es geht nicht. Also auf dem Gameboy war der Delay nicht so hoch, dann bin ich mir sicher. Und ich hab's auf dem Gameboy, ich hab das auf Autofahrten, ne? Bei 85 Grad, da gab's keine Klimaanlage, nach Italien, durch die Schweiz, durch den Gottertunnel durch, bis zum Erbrechen gemeistert. Ja, keine Chance. Und da war das nicht so schwer. Musst du da irgendwie an die Rampe? Ja, ich muss auf die Rampe. Aber wenn du einmal ganz... Eigentlich muss man sich immer mittig wieder aufhalten, das ist die beste Taktik. Aber ich hab ein bisschen Angst, dass jetzt sowas... Oh. Ja gut, mein Skill gleich ist dann doch nochmal aus, ne? Ja, wenn du jetzt noch ein paar Goldsäcke sammeln würdest. Uh! Ich hab sofort gedrückt, was soll ich denn sonst haben? Musst du dann vielleicht noch springen drücken? Ich hab keine Ahnung. Nein, muss man nicht. Ja, du bist wieder dran. Oh! Vielleicht stellen wir gleich mal auf einfach um. Ne, das dürfen wir aber nicht machen. Also, wir sind doch... Wir sind doch Pros. Ja, aber wir wollen den Leuten doch auch mal das Finale bieten. MLG, MLG! Ich bin Gozu. Was bist du? Gozu? Was? Weiß ich nicht. Gozu... Da kommt wieder mein... Der koreanische E-Sports-Pro-Gamer in mir durch. Achso. Ich war ja quasi im Walk of 3 so ein Gozu-Gamer. Ah ja, stimmt. Jetzt kommt eine weitere krasse Story. Bitte, ja. Ich kann mich grad konzentrieren. Ich hatte, ähm, als ich etwas jünger war, so 17, 18, da hab ich mir, ähm, da hab ich mir ganz viele Gamer-Shirts damals zugelegt und unter anderem einen Gozu Longsleeve, also stand Gozu in der Mitte. Ja. Und das hab ich letztens, äh, ähm, ne, dem verkauft, ja. Aber an so ein gemeinsames Unternehmen, also, ja, Ende. War das was wert, oder was? Nö. Aber es hatte einen emotionalen Wert und deswegen bin grad drauf gekommen. war das Wort Gozu, das hat mich, das, irgendwie nimmt mich das immer noch mit, weil das war modisch einfach auch nicht mehr so an, also anscheinend wurde mir gesagt von meiner Freundin, äh, dass das modisch, dass das modisch nicht mehr das modernste ist. Ich hab beim ersten Video überhaupt nicht drauf geachtet, was das war. Jetzt hast du ein Herz, ja. Das erste war wahrscheinlich ein Apfel. Ja, ich glaub auch. Nein! Mann! Einen hast du noch, ne? Ja. Jetzt, ich glaube, der Kniff hinter diesem Spiel ist, dass man, äh, diese Leben beibehält über die nächsten zwei Levels hinweg. Also ich glaub, du musst halt drei Spiele schaffen, meine ich, bis du hinkommst. Ja, das kann sein, aber ich hab auch, boah. Aber ich bin mir auch echt so komplett sicher, dass das hier das letzte Level war immer. Tja. Nein! Nein! Ich hab's wenigstens geschafft, alle drei zusammen. Ich auch, ich war bei der Tür. Ja, ja. Also, äh, was war der Kommentar denn jetzt? Nein, das sollte kein Seitenhieb sein, ich war nur stolz auf mich selber. Wir wissen alle, wie du gemeint hast. Ja, ja. So, äh, Schwimmerlevel. So, jetzt zeig ich dir mal, wie das geht. Jetzt mach ich hier das Schwimmerlevel. Ja, bitte. Sieben Säcke, kein Problem. Du kannst nur in der Mitte nach oben. Weiß ich doch. So wie in der Politik, ne? Um auch, um auch euch noch mitzunehmen, politische Zielgruppe. Das war ja schon fast Volker Pispas Niveau. Aber das sind auch alle Spiele, die es gibt bei euch. Ja, danke. Also, man muss sagen, äh, ach so, das bezüglich auf das Spiel, auf meine Leistung. Meine Leistung ist auch nicht schlecht. Ich schwöre, das ist viel zu träge, also das Pad ist zu träge, es hat so keinen Sinn. Ich weiß echt nicht, ob die das vielleicht extra gemacht haben. Ne, also ich hab das auf dem Gameball relativ problemlos als geschafft und, äh, ich hab nicht das Gefühl, dass ich so viel Skill verloren hab. Tut mir leid. Weiß ich nicht, also als kleines Kind hat man ja echt Spiele manchmal echt blind drauf. Da leckt mich am, das gibt's nicht. Ohne Scheiß, äh, stolz sofort zurück und trotzdem rennt er, schwimmt er in sein Verderben. Ja, den Knopf, den du erst gedrückt hast, den macht er auch, den führt er dann wahrscheinlich auch erstmal zu Ende. Das ist einfach, und das Spiel ist einfach ein, nicht ein guter Typ. Ja, das will halt nicht, dass man gewinnt, das ist ja klar. Ich muss echt irgendwie gleich mal googeln, was man bei, was man bei Rufe gewinnen konnte nochmal. Wahrscheinlich, also ich glaub, es war Geld. Richtig nicht, weil so klein, jetzt haben da so kleine Kinder mitgemacht, denen ist doch Geld eigentlich erstmal. Aber da haben, da haben Erwachsene mitgemacht. Sicher? Da durften, glaub ich, die glaub, man müsste 18 sein, weil's ja auch kostenpflichtig war, oder? Nee, da haben Kinder mitgemacht, da bin ich jetzt nicht sicher. Ich weiß es nicht, äh, machen wir's irgendwie so, wir machen Best of Zero. Und nach deinem nächsten, nächster Verlierer verliert. Oh ja, aber das hier kann ich jetzt. Ja, aber hast du jetzt schon dieses Baumstamm-Rätsel gelöst? Ich glaub nämlich nicht. Da, doch, siehst du? Bam, 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 nein! Das war eine Millisekunde zu früh, ja. War ja zu spät. Rate mal, wie mich das gestern auch gesagt hat. So, ich glaube, 15 Minuten sind nun auch fast rum, ganz ehrlich. Nein! Ich achte nicht auf diesen Scheiß. Ich krieg das noch hin. Was? Was? Okay. Hä? Okay. Es gibt plötzlich Respawn-Punkte. Danke. Danke, Hugo. Und mit dieser freundlichen Überraschung verabschieden wir uns von euch. War das nicht ein Spaß? Kein Wunder, dass dieses Spiel ein Mega-Erfolg war, kann man fast schon sagen. Ich bin richtig sauer jetzt gerade. Ich war voll gut. Ey, also wirklich, ich hab gewonnen. Ey, okay. Ganz im Ernst. Ich glaub, wir machen doch noch eine weitere Folge. Und ich stell das Spiel jetzt schon mal auf leicht. Und dann schaffen wir zumindest eine Runde, oder? Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Okay, aber haut rein.